Wie du dein Depot übertragen kannst und was du beim Depotübertrag unbedingt beachten solltest, das erfährst du im heutigen Video. Bleib dran! Wir nehmen für den Depotübertrag das Beispiel des Smart Brokers. Zuallererst gehen wir auf der Internetseite des Smart Brokers oben rechts auf das Formular Center. An zweiter Position sehen wir schon das Formular zum Depotübertrag, da klicken wir jetzt drauf. Und wir gehen das Ganze jetzt Schritt für Schritt durch und ich zeige dir, was du beachten solltest und wie lange auch so ein Depotübertrag in der Regel dauert. Oben links trägst du die Anschrift der abgebenden Bank ein, das heißt die Daten deines alten Depots. Oben rechts trägst du deine DAB-Deponummer ein, die du nach der Anmeldung beim Smart Broker erhältst. Wichtig zu erwähnen, bei einem Depotübertrag können nur ganze Stücke von Aktien, ETFs und Fonds tatsächlich übertragen werden. Wenn du jetzt beispielsweise Eigentümer von 5,3 Anteilen eines MSCI World ETFs bist, werden 5 Anteile übertragen und 0,3 Anteile müssen dementsprechend verkauft werden. Und das Verkaufen kannst du entweder selbst erledigen oder direkt vom Smart Broker automatisch ausführen lassen. Es folgen hier deine persönlichen Daten, also wer ist der Auftraggeber und wichtig, deine Steueridentifikationsnummer. Weiter unten trägst du deine Kontodaten der abgebenden Bank ein, auf dem Empfängerkonto das gleiche Spiel. Auch hier trägst du deine persönlichen Daten ein, sowie die Kontodaten deines neuen Depots beim Smart Broker. Im weiteren Verlauf wählst du aus, ob du das gesamte Konto bei deinem alten Broker löschen möchtest oder nur das Depot oder das Verrechnungskonto. Das ist so eine Geschmackssache und sollte jeder für sich entscheiden. Ganz wichtig, wenn du Geld von deinem alten Verrechnungskonto überweisen möchtest, dann kannst du diesen Betrag unter Punkt 4 eintragen. Eine andere Möglichkeit wäre, das Verrechnungskonto vor dem Depotübertrag einfach leer zu räumen, zum Beispiel auf dein Girokonto. Dann der nächste Punkt, hast du bestehende Kredite und sollen die abgelöst werden? Das kannst du hier ankreuzen. Die meisten werden aufgrund ihrer reinen Deponutzung wohl keinen Kredit haben, den sie ablösen würden. Beim Punkt 6, Depotübertrag ist spannend, du kannst auswählen, ob du das gesamte Depot oder aber nur einzelne Wertpapiere übertragen möchtest. Gerade wenn du dir Depotgebühren sparen möchtest und deshalb dein Depot wechselst, macht es Sinn, das gesamte Depot zu übertragen. Hierzu beachten, übertrag der Verlustverrechnungstöpfe am besten hier alles ankreuzen, um die Verluste, die du eventuell auf deinem alten Depot gemacht hast, auch steuerlich geltend machen zu können. Bei Punkt Nummer 7 kommen wir zu einem Teil, der eine Pflichtangabe ist und in der Regel ist es ja so, dass du dein eigenes Depot überträgst und dementsprechend auch der Inhaber bist und das Ganze dann gleich bleibt. Möchtest du das Depot aber beispielsweise deinem Ehepartner übertragen, dann wäre das ein Inhaberwechsel unentgeltlich. Oder du möchtest dein Depot vererben, dann ist das der Inhaberwechsel Erbschaft. Wenn du dein Depot beispielsweise einem Freund übertragen möchtest, dann kreuzt du den Inhaberwechsel entgeltlich an und dann fallen auf die entstandenen Gewinne auf dem alten Depot Steuern an. Kommen wir zu Punkt Nummer 8, der ist nur wichtig, wenn du nur einzelne Wertpapiere von deinem alten Depot übertragen möchtest und hier gibst du eben die Wertpapiere an, die dann zum Smart Broker sollen. Punkt 9 sind die wichtigen Hinweise. Ein Depotübertrag von inländischen Wertpapieren dauert in der Regel ein bis drei Wochen. Bei ausländischen Wertpapieren kann das Ganze auch ein bisschen länger dauern. Die Übertragung von Wertpapierbruchstücken ist in der Regel nicht möglich, das hatten wir am Anfang. Das heißt, du musst die Bruchstücke dementsprechend verkaufen, bevor du den Depotübertrag startest. Aber das Ganze auch nur, sofern es sich von den Gebühren lohnt. Wenn du jetzt nur 3 Euro für das Ganze bekommst, aber Gebühren von 10 Euro hast, dann würde ich das nicht empfehlen. Es fallen Kosten für den Übertrag an, aber nur, wenn es wie oben beschrieben ein entgeltlicher Übertrag ist. Bei unentgeltlichen Überträgen werden die Daten an das zuständige Finanzamt weitergeleitet, zu deiner Info. Und der letzte Schritt ist dann die Unterschrift des Ganzen und danach kannst du dieses Formular direkt an die DAB schicken. Die kümmern sich dann um den Rest und schon wäre dein Depotübertrag erledigt. Den Link zum Smart Broker und das Video zur Depoteröffnung findest du unten in der Videobeschreibung. Wenn du über diesen Link ein Depot eröffnest, dann kannst du damit diesen Kanal unterstützen. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann hinterlass gerne ein Like und abonniere diesen Kanal für mehr Tipps und Tricks rund um deine Finanzen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.